Und jetzt, wo sie Versuche hier auf der rechten Bahn die Seite probiert. In ein 90.09 hat er geschafft den ersten Durchgang. Und das schafft er spielend, also offenbar hat es hier ein bisschen länger. Legt das bis ganz vorne. Und das wird ganz knapp, er hat zurückgeschaltet vom Gasgestuhl. Dass er nicht kommt, er hat den Kontrollsocken. Das kann man, glaube ich, ohne weiteres Unterfahrene zu können abrufen.